Herzlich willkommen Crypto-Freunde. Im heutigen Video soll es wieder mal um ein sehr interessantes Move-to-earn-Projekt gehen. Heute geht es um Amazie. Ich wurde in meinem Discord mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir das Projekt mal anschauen soll. Gesagt, getan. Amazie sieht wirklich richtig interessant aus und wir sind auch hier noch ganz am Anfang. Die erste Recherche hat mich bis hierhin erstmal überzeugt. Falls du neu auf meinem YouTube-Kanal bist und keine Crypto-Videos mehr verpassen möchtest über NFT-Games, Move-to-earn-Projekte, aber natürlich auch ganz klassische Play-to-earn-Games, dann lasst mir sehr gerne ein Abo da. Ich freue mich über den Support. Vielen Dank auch allgemein mal an der Stelle für euren Support. Wahnsinn, wie mein Kanal momentan wächst. Ich freue mich richtig darüber. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Video und zwar bin ich jetzt hier zuallererst mal auf der Amazie-Webseite. Amazie ist eine Lifestyle-App, wie wir es mittlerweile auch schon kennen. Auch dieses Projekt erinnert natürlich sehr an Steppen. Man kann Geld verdienen, indem man geht oder joggt. Also wir können jetzt hier schon mal so einen NFT-Sneaker sehen. Allgemein ist jetzt hier nicht sehr viel Neues erstmal auf den Blick dabei. Man kann mit dem NFT-Sneaker an Marathons teilnehmen. Das haben wir schon in manchen Projekten gesehen. Man kann seine Attribute verbessern. Man wird neue Sneaker mitten können. Man wird sie aufwerten können. Aber was jetzt hier neu ist, man kann sie scheinbar an Freunde vermieten. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Bei Amazie können die Spieler nämlich als Team laufen oder joggen. Auf dem In-App-Marketplace kann jeder Nutzer Turnschuhe kaufen, verkaufen oder mieten. Auch hier wird jetzt wieder geschrieben, dass die Mission ist, die Leute mehr rauszubringen. Die sollen damit auch noch Geld verdienen. Man soll animiert werden, einfach auch den heimischen Schreibtisch mal ein bisschen mehr zu verlassen. Da muss man jetzt schon auch sagen, das wird bei eigentlich jedem Move-to-Earn-Projekt geschrieben. Das ist jetzt nichts mehr Neues für uns. Falls ihr euch wundert, warum das jetzt hier so komisch aussieht, das ist einfach nur, weil ich die Seite durch den Google-Übersetzer laufen habe lassen. Dadurch hat sich jetzt hier die Schrift so ein bisschen verzogen. Aber erstmal ignorieren an der Stelle. Amazie kommt nicht aus dem asiatischen Raum, sondern tatsächlich aus dem russischen Raum. Was mir hier relativ gut gefällt auf den ersten Blick, Unterstützer und Partner sind hier abgebildet. Und zwar wirklich auch nicht zu wenige. Wir haben hier Promis und Künstler in der Kategorie. Wir haben Instagram, da sehen wir einige Influencer. Wir haben auch YouTube. Wir haben Krypto. Und wir haben TikTok. Also einiges aufgeführt. Ich bin jetzt hier mal so ein bisschen durchgegangen. Ich habe jetzt beispielsweise hier mal einfach diesen Meister der Kryptorevolution angeklickt. Da bin ich hier rausgekommen. Und ich konnte auch tatsächlich ein Video finden von ihm. Das können wir uns mal kurz anschauen. Das hat er bei Twitter gepostet. Leider nicht sehr viele Likes. Also da ist er rumgelaufen. Hat ein Video dazu abgedreht, wie er quasi mit Amazie Geld verdient. Das ist noch eine Testversion. Weil das Game an sich gibt es noch gar nicht. Von der Optik können wir aber auf jeden Fall schon mal sehen, dass es schon ordentlich aussieht. Also gefällt mir jetzt erstmal grafisch richtig gut. Und ist auf jeden Fall scheinbar auch real von der Webseite selber, dass derjenige auch wirklich schon mal was zu Amazie gebracht hat. Und hier nicht einfach irgendein Fremder auf der Seite verlinkt ist. Auch bei Amazie hat man verschiedene Schuhtypen. Auch das kennen wir schon. Hier gibt es jetzt eben Ranger, Wanderer, Sprinter und Trainer. Die Schuhe sind dann auch wieder der Geschwindigkeit angepasst. Und je mehr Turnschuhe man besitzt, desto höher ist dann auch das Energielevel. Auch hier nichts Neues für uns. Ich muss aber auch nochmal an der Stelle vielleicht sagen, viele sagen ja immer, ja eine Steppenkopie und hier noch eine Steppenkopie. Ich gebe euch auf jeden Fall ein Stück weit recht. Steppen ist der Big Player beim Move to Earn. Nach wie vor. Und natürlich ist es auch ganz normal, dass viele einfach mitziehen wollen. Man muss aber trotzdem verstehen, es gibt auch nicht nur eine Kryptowährung, die ein Problem löst. Es gibt verschiedene Kryptoprojekte, die sich auch sehr ähnen in ihrem Mehrwert. Es muss nicht immer nur einen Big Player geben. Es kann auch links und rechts noch andere Projekte geben, die auch erfolgreich sind. Wenn hier wirklich das Team stürmen, das Ökosystem stürmt und allgemein vor allem das Team einen guten Job macht, dann kann auch ein anderes Projekt neben Steppen sehr erfolgreich sein. Und sogar auch Steppen vielleicht den Rang ablaufen. In meinem gestrigen Video bin ich ja darauf eingegangen, dass es momentan sogar auch mal negative News gibt. Zumindest aus meiner Sicht, dass mir der Bein und Smart Chain gefällt mir überhaupt nicht. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch die Möglichkeit für ein anderes Projekt, das Stück weit auch sich ansteppen, vorbeizuschieben. Man weiß es nicht. Ich möchte einfach nur mal kurz darauf eingehen. Macht nicht immer nur die Scheuklappen rauf. Nur weil ein Projekt sehr, sehr ähnlich aussieht wie das andere. Entscheidend ist letztendlich, was die Leute von diesem Projekt halten und was das Team für eine Arbeit macht. Das in Kombination kann auf jeden Fall auch erfolgreich sein. Die Sneakers sind meiner Meinung nach ein Stück weit besser aus als bei Steppen zum Beispiel. Auf die einzelnen Punkte hier gehe ich jetzt erstmal nicht mehr weiter ein. Auch das ist eigentlich nahezu identisch. Man muss kein NFT besitzen, um Amazie beizutreten. Einfach weil man auch so einen NFT Sneaker mieten kann. Und gerade dieses von Freunden finde ich echt interessant. Da bin ich gespannt, was da noch so der Plan ist. Zu den Tokenomics. Es gibt einmal den AMT Token. Hier ist ein unbegrenztes Angebot, vergleichbar mit GST. Und es gibt den ACY Governance Token. Also der AC Token quasi. Dieser hat eine maximale Anzahl von 1 Milliarden Token. Allgemein wird es natürlich einen In-App Marketplace geben. Man wird hier mieten können, man wird hier kaufen und verkaufen können. Dadurch wird der Token auch ein Stück weit wieder geburnt. Also alles sehr, sehr ähnlich. Wie wird hier Gewinn gemacht? Natürlich wird auch bei Amazie viel Geld über Gebühren verdient. Je mehr Leute hier auf dem In-App Marketplace handeln, desto mehr verdient hier letztendlich auch Amazie. Ganz klar. Außerdem hält das Team natürlich ein Stück weit auch einige Token. Wenn die an Wert gewinnen, auch dann werden hier natürlich Gewinne gemacht. Aber das ist ja erstmal völlig in Ordnung an der Stelle. Wenn wir uns mal die Roadmap ansehen, können wir sehen, dass dieses Projekt seit Q1 2022 in Arbeit ist. Momentan sind wir hier in Q2. Der erste NFT Sneaker Drop kommt eben. Start des Marketplaces ist geplant. In Q3 soll dann eben das Verleihsystem kommen. Ranglisten und Wettbewerbe sollen integriert werden. Und 2023 ist geplant, dass weitere Fitness- und Lern-Apps ins Ökosystem hinzugefügt werden. Kommen wir mal zum Team. Hier finde ich jetzt auch erstmal sehr positiv, dass das Team verlinkt ist. Ihr könnt hier sehen, dass das Team russisch ist. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal hier zu jedem Einzelnen so ein bisschen recherchiert bei Instagram. Und zwar können wir uns zuerst mal diesen Sergej Kosenko anschauen. Dieser hat die meisten Follower, 5,5 Millionen. Ob die jetzt wirklich alle echt sind, sei erstmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist hier einiges an Traffic auf dem Instagram-Profil zu sehen. Und was ich auch sehr positiv finde, tatsächlich steht auch hier einiges über Amazie, aber nicht nur. Die letzten Beiträge sind alle über Amazie. Aber auch viel Privates wird hier geteilt. Hier, wie er seiner Frau einen Antrag gemacht hat. Urlaubsbilder. Also das Profil schaut für mich auf jeden Fall real aus. Schauen wir uns mal den nächsten an. Auch dieses Profil sieht sehr real für mich aus. Arte Masure heißt er hier. 11.000 Follower. Hier ist nicht so viel Traffic drauf. Die 11.000 Follower werden wahrscheinlich nicht echt sein. Aber auf jeden Fall werden hier regelmäßig Bilder gepostet, was ich sehr positiv finde. Er prallt hier stückweit mit seinem Reichtum. Teure Autos. Viel Urlaub. Wie man das halt eben so kennt. Auch der Nächste hat einige Beiträge schon hochgeladen. Also man findet hier auf jeden Fall einiges zum Team. Auch hier können wir einiges sehen. Zwar nur 246 Follower, aber das heißt ja erstmal gar nichts. Die Profile bestehen auf jeden Fall schon mal eine Zeit lang. Und das ist schon mal sehr, sehr positiv für uns, weil es einfach stückweit real ist. Ihr könnt hier sehen, dass dieses Bild von 2018 sogar ist. Also das muss ich sagen, finde ich an der Stelle erstmal sehr positiv. Es wirkt einfach real für mich. An der Stelle, ich habe auch einen eigenen Instagram Account für Crypto MeCash. Ihr könnt mir hier gerne auch folgen. Ich muss aber sagen, hier habe ich noch nicht wirklich viel hochgeladen. Aber wenn ihr Lust habt, dann folgt mir auch gerne bei Instagram. Gehen wir mal zurück zur Webseite. Es gibt auch hier Berater. Diese sind bei LinkedIn verlinkt. Auch das finde ich sehr positiv. Also ihr könnt hier auf jeden Fall auch nochmal die eine oder andere Minute investieren und eure eigene Recherche betreiben. Empfehle ich euch sowieso immer. Schaut es euch einfach gerne nochmal an, wenn euch dieses Projekt stückweit zusagt. Ganz unten auf der Webseite können wir jetzt nochmal so ein paar FAQs lesen. Finde ich auch sehr positiv an der Stelle, muss ich sagen. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr viele FAQs, die viele Fragen beantworten. Es gibt auch bei Amazie einen Aktivierungscode später. Das ist sehr positiv, weil sollte hier ein Hype entstehen, kommen einfach nicht zu viele Leute gleichzeitig rein, wodurch der Token einer starken Inflation ausgesetzt wäre. Schaut euch auch gerne mal den Discord von Amazie an. Wann wird die App gestartet? Das ist ja auch erstmal sehr interessant für uns. Die BD-Version wird verfügbar sein, sobald der Marketplace startet und die Boxen im Verkauf sind. Also es dauert noch ein bisschen was. Wann wird der Tokenkauf verfügbar sein? Hier ist jetzt scheinbar eben Juni 2022 geplant. Was kosten die Turnschuhe? Zu Beginn kostet jeder Cum-Man Sneaker 100 US-Dollar. Nach dem Kauf kann man die Sneaker dann eben nach Rarität, Cum-Man oder Un-Cum-Man erhalten. Danach werden die Preise auf dem Marketplace von den Nutzern selbst festgelegt. Also 100 Dollar ist hier wirklich ein Investment, was echt fair wäre. Ihr wisst, wie die Preise bei Steppen sind. Sollte Amazie hier ähnlichen Erfolg haben, kann hier auf jeden Fall auch gut Profit gemacht werden. Schauen wir uns mal noch zum Schluss Twitter an von Amazie. Wir sind hier 51.000 Follower. Ich habe mir auch schon mal Twitter so ein bisschen angeschaut. Und ich muss sagen, es sieht gar nicht schlecht aus für mich, wenn wir uns beispielsweise mal diesen Beitrag hier anschauen. Hier wird jetzt eben angekündigt, dass viele Prominente auch schon Amazie beigetreten sind und folgen. Wenn wir uns mal die Kommentare anschauen, da achte ich ja immer so ein bisschen drauf, wenn ich mir Twitter mal anschaue. Dann können wir schon sehen, dass hier sehr, sehr viele private Profile scheinbar schreiben. Ich spreche jetzt kein Russisch, deswegen habe ich mir hier einfach mal ganz schlecht den Google-Übersetzer rausgesucht. Wenn wir jetzt hier einfach mal schauen und uns irgendeinen Kommentar mal rauskopieren, einfach weil uns interessiert, wie diese Kommentare hier sind, ob die real sind oder ob das irgendwelche Bots sind. Da muss ich echt sagen, schaut echt real aus. Hört sich cool an, lass uns das prüfen, lass uns gehen. Gut, ist das jetzt schlecht vom Google-Übersetzer übersetzt. Aber es sieht auf jeden Fall nicht nach einem reinen Bot-Kommentar aus. Hier können wir uns nochmal was anderes anschauen. Freue mich drauf. Die Jungs sind sehr cool. Meistens sind ja Bot-Kommentare hier wirklich auch immer dasselbe. Ich freue mich aufs Projekt, ich freue mich aufs Projekt, ich freue mich aufs Projekt. Immer dasselbe normalerweise. Und hier können wir wirklich sehen, dass hier auch echte Sätze verfasst werden von den Nutzern. Wir hoffen, dass dieses Projekt sowohl für diejenigen, die an dem Projekt arbeiten, als auch für diejenigen, die damit spielen, schnell und erfolgreich sein wird. Also ich denke, ihr könnt hier selber sehen, dass hier schon ein Stück weit Traffic auf jeden Fall drauf ist. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv an der Stelle. Je mehr Leute eben aufermäßig aufmerksam werden, desto besser letztendlich für uns, falls wir investieren. Ja und damit bin ich auch schon wieder am Ende vom heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Amazie, ein interessantes Move-To-An-Projekt meiner Meinung nach. Ich werde es beobachten. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal, Waldemar, für diesen Hinweis auf dieses Projekt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr weiterhin den Algo für mich pusht, Leute. Lasst mir gerne eine Bewertung da und am besten auch noch einen Kommentar. Teilt mein Video, damit es viele Leute sehen. Vielen Dank für euren Support und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im morgigen Video. Ciao.